Rasterfechter und die neue Nummer 6, das scheint zu passen. Tim Hasbagen, der im Frühjahr schon einmal in Fechter vorspielte, hat nach drei Einsätzen im Magenta-Sport-BBL-Pokal jetzt auch sein Debüt in der Easy Credit Basketball-Bundesliga gegeben, am Sonntag beim FC Bayern München. Die Familie war natürlich stolz und für sie war es auch was Besonderes, mich dort spielen zu sehen und dann eben ausgerechnet auch im Audidorm, wo ich ja angefangen habe. Und auch viele Freunde haben mir Glückwunsche überreicht. Und ja, grundsätzlich positiv, das Einzige, was natürlich noch viel besser gewesen wäre, wäre der Sieg. Der gebürtige Münchner trifft in seiner Heimat gleich zwei Dreier. In seinen fast 19 Minuten auf dem Feld macht Raster vier Punkte mehr als die Star-Truppe von der Isar. Mit 24 Jahren ist der Shooting Guard also angekommen in der BBL. Der 8. November 2020, ein ganz besonderer Tag im Leben des Tim Hasbagen. Definitiv für mich. Ich hatte in der Jugend leider selber viele Verletzungen. Habe ja dann auch noch den Umweg über USA genommen, wo es nicht immer leicht war für mich. Dementsprechend bin ich umso stolzer, jetzt mein Debüt gemacht zu haben und bin jetzt bereit, die nächsten Schritte zu gehen. 2012 war er mit dem FC Bayern München U16 Vizemeister in der Jugendbasketball-Bundesliga geworden, machte im Finale 31 Punkte. 2014 ging es in der NBBL, also der U19-Bundesliga, mit den Bayern noch ins Halbfinale. Es folgten drei sportlich wenig erfolgreiche Jahre an der Cleveland State, ehe Hasbagen sein sportliches und akademisches Glück doch noch fand. Dann zweite Liga in Deutschland. Beim Team Ehingen Urspringen wird der Guard gleich Kapitän und überzeugt zwei Jahre lang als Leistungsträger im renommierten Ausbildungsclub. Rastas neuer Headcoach Thomas Pech hat den 1,91 Meter großen Guard da längst auf dem Schirm. Ich kenne ihn schon sehr lange, weil ich den gleichen Jahrgang in der Jugend trainiert habe und seitdem hat man es halt immer so ein bisschen verfolgt und dann die letzten zwei Jahre doch intensiver in Ehingen. Ja, also mich freut es für ihn. Ich finde, er hat einen wirklich guten Job gemacht, hat uns da auch mehr Minuten gegeben, als man vielleicht am Anfang denken konnte. Aber er kam rein, er war bereit, war physisch, hat uns was gegeben, hat die Würfe getroffen, die er bekommen hat. Und das ist genau das, was wir von ihm brauchen. Also diese Energie und auch so eine Geiligkeit, die er da hatte. Und das hat er wirklich gut gemacht. Tim Hassbagen eröffnet Freitagabend mit Rasta den zweiten Spieltag der Easy Credit BBL. Ab 20.30 Uhr geht es gegen S. Oliver Würzburg, auch live im Free-TV bei Sport1. Würzburg, der Heimatklub von NBA-Legende Dirk Nowitzki, war in allen drei Pokalspielen sieglos geblieben und verlor am letzten Wochenende auch den BBL-Auftakt mit 77 zu 90 gegen den Top-Club-Ratiofarm Ulm. Ich habe das Ulm-Spiel zur Hälfte gesehen. Es war ein sehr physisches Spiel, einfach ein taffes Spiel. Ich glaube auch, so werden wir es angehen müssen, dass wir auch einfach hart spielen, die richtige Einstellung haben für das Spiel und dann eben hier auch zu Hause, obwohl wir keine Fans haben, den Homecourt protecten und das Spiel dann für uns entscheiden werden. Ob Tim Hassbagen für Rasta auch einmal zu einem entscheidenden Mann werden kann? In vier Pflichtspielen stand der Guard im Schnitt pro Partie bereits fast eine Viertelstunde auf dem Parkett. Eine der ersten Scoring-Optionen ist er nicht. Tim Hassbagen aber überzeugt schon mit vielen Dingen abseits der Stats. Einfach immer bereit sein und dementsprechend das machen, was wichtig für die Mannschaft ist, wenn ich frei bin, möchte ich natürlich den Ball reinwerfen, sonst in der Verteidigung viel Druck machen und weiterhin auch mein Spiel entwickeln und so der Mannschaft helfen. Auf Hilfe von den Rängen wird Rasta im ersten Liga-Heimspiel zwar verzichten müssen, das Team aber weiß, dass zu Hause an den Geräten mitgefiebert wird und ist dankbar für den Support von der Couch. Und dass die Würzburg-Partie im Free-TV bei Sport1 läuft, macht Tim Hassbagen und Co. umso mehr Lust auf den Start ins Wochenende. Alle viele der Easy Credit BWF und vieles mehr live bei Magenta Sport.